Dann beginnen wir mit unserem Spieler mit der Rücke Nr. 1, bitte! Rücke Nr. 4, Philipp! Mit der Nr. 5, Ion! Rücke Nr. 6, Ibrahima! Mit der Nr. 7, Marcel! Rücke Nr. 8, Amadou! Mit der Nr. 9, Yuzu! Rücke Nr. 11, Timo! Mit der Nr. 16, Lukas! Mit der Nr. 23, Marcel! Mit der Nr. 27, Conrad! Unser Trainer heißt Julian! Und jetzt gib mir ein L! L! Gib mir ein B! L! Gib mir ein L! L! Wer gewinnt heute? L! 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 L!